Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ich habe einen neuen super Heißluftballon gebaut und da sind jetzt auch wieder zwei Rockets dran. Warum da jetzt eine zusätzlich gecraftet wurde, weiß ich auch nicht, aber naja, ist egal. Äh, ja, wir müssen ganz weit nach oben. Das wird sowas von Chaos. Ähm, ich mache das am besten so, ich stelle mich in diese Richtung, weil... Ich weiß nicht, wie sehr ich gegen diese Wand fliegen will. Also man kann über die Wand rüber, das weiß ich. So, wir müssen jetzt natürlich einen ganz großen Umweg fliegen. Wir sind schon fast an der Decke. Was ist hier? Wurzelt das da hinten? Ne, das ist die, die wir schon haben. Die, die ich markiert habe, ist hier ganz oben. Aber wir sind jetzt auch ganz oben. Also es ist wirklich direkt unter der Decke eigentlich. Wir haben schon lange Zeit keinen Gigama mehr oder so gesehen, ne? Wann, was ist das da? Äh, ich sollte mal aufpassen, wo ich ihn fliege. Keine Ahnung, wo ich hinfliege. Ist die hier oben drauf? Ja, ne? Komm, so weit musst du mich noch tragen, heißt der auf dem Ballon. Da ist sie. Ah, nein, das ist ein Paar. Ja. 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 Komm mal mit. Ich darf erst mal da stehen. Sack. Sack. Sack Wurzel. So. Wir sind von einem Ende bis zum anderen gegangen jetzt. Nice. Also, ne stimmt eigentlich gar nicht, oder? Ne, wir haben hier angefangen, ne? Ja, fast das andere Ende. Aber guck mal, wie wenig Wurzeln wir geschafft haben. Mit, also, ne? Das war realistisch hier jetzt zu sagen. Wir haben gerade nur diese paar Wurzeln hier geschafft. Und es gibt einfach noch irgendwie 80 oder so. Da sieht man da... Da sieht man, wie schwer es hier ist, vorwärts zu kommen. Daran sieht man das perfekt. So. Ich mach mal die komische Markierung weg. So. So, die nächste ist irgendwo da. Irgendwo da. Ja, so, so in irgendeine Richtung. So. Hier ist ein Jägerlager übrigens. Kann ich mir markieren. So. Und direkt da drüber ist die Wurzel. Also ungefähr da, wo wirklich wo die markieren ist. So. Und dann gibt's noch eine weitere. Die ist irgendwie hier. Und dann haben wir hier das X. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Hier, die haben wir schon tatsächlich markiert. Da gehen wir auch hin. Dann gehen wir uns... Arbeiten wir uns so langsam. Hier so, ne? So hoch. Und dann wieder so runter. Bis wir dann wirklich diese ganzen Dingens hier fertig haben. Boah. Das ist echt anstrengend hier. Das ist echt anstrengend. Diesen Untergrund zu erkunden. Ist echt nicht leicht. Aber egal. So. Ähm. Ich brauch nochmal eine Rakete. Und einen Luftballon. Wir haben nur noch fünf. Ist nicht so gut. Ich brauch mal ein bisschen Speed auf, ne? Das hilft auf jeden Fall extrem, ne? Muss man schon mal sagen. Oh, da hinten ist es schon, glaub ich. Da sind zwei. Entschuldig, zuerst die rote. Oh. 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 eine Mission machen. Paketen haben wir auch. Perfekt. Was fehlt uns noch? Das Steuerelement. Sollte eigentlich auch irgendwie sein. Kein Steuerelement hier? Ja, egal. Aber der hat den Luftballon von dem geholt. Das will ich natürlich nicht. So. Wir müssen natürlich diesen Luftballon haben. Der ja schon neu ist. Und ich meine, hier liegen Raketen. Warum sollte ich die nicht nutzen? Das würde uns gerade sowas von nach vorne katapultieren. Warum hat der die da unten angebracht? Ich bin froh, dass das Ding gerade nicht losgegangen ist. Naja, wir probieren mal, ne? Kann ich mir ne Rakete hier vielleicht reinlegen? Ohne die festzumachen? Könnte ich die später noch nutzen vielleicht? Ach, da oben ist ein... Ich dachte, da oben ist ein Laserstrahl. Aber das ist einfach nur der Typ, der diese Waffe hält. Ich packe die mal so dazwischen. Vielleicht, äh, kann ich die... Und... Und... Kann ich das Ding vielleicht nicht nehmen? Du, mein, der ist doch nicht so gut. Ich stehe einfach nur hier dran, packe. Einfach nur, um den mitzunehmen. Ist das okay? Okay, und wenn sowas von... Äh, das ist... Keine gute Idee. Du bist ja die Waffe. Oh, ist das ein Kristall-Gigama? Yes. Ja, irgendwo vor uns ist es auf jeden Fall ein Gigama. Irgendwo... Da wahrscheinlich. Ja. Ungefähr. Ah, da ist die Wurzel. Ja, dann fliegen wir seitlich dran vorbei. Das hat mir jetzt nicht so schlimm. Hab das was gebracht? Hat es. Weil... Die Raketen sind noch da. Okay, nur der eine Luftballon wird benutzt. Das ist eigentlich super. Das heißt, wir holen den einfach mit. Das heißt, wir können später einfach die Luftballon... Luftballonen? Luftballons? Luftballons heißt es, ne? Luftballon, hört sich im Augenblick an. Äh, einfach speichern auf diesen Ding. Wir können das einfach da dran wappen und dann können wir immer einen Luftballon als Ersatz mitnehmen, falls wir einen unterwegs sehen. Das ist gut. Klar, wir sind dadurch auch schwerer, muss man natürlich auch bedenken. Aber, ja, passt schon. Passt schon, passt schon. So. Es ist halt wirklich so simpel eigentlich, was wir hier tun, ne? Aber es kostet trotzdem extreme Zeit. Extreme Time. So. Ne, warte mal, warte, warte mal. Komm, wir nutzen noch mal eine Rakete. Dann sind wir schneller in der Luft. Eine reicht. Ja, ist doch perfekt. Bisschen schräg. Hier neben uns ist übrigens noch ein Gigama. Ja, moin. Irgendwo, ja, hier wahrscheinlich, ne? Der wird auch nervig zum Besiegen sein, weil da ganz viele Miasma zurücks ist. Perfekt, da bin ich noch nie gelandet, ey. Einfach rausspringen, aktivieren und weiter. Boah, das ist echt anstrengend. Ich merke sogar langsam gerade selber, wie ich so ein bisschen so, so ein bisschen braindead werde einfach. Die Markierung war übrigens komplett falsch gesetzt. Egal. Äh, die nächste Pflanze ist da und hier tatsächlich auch und genau ist das die oder ist das die? Ich glaube, das hier ist die, die die und das hier müsste die sein. Das heißt Wann habe ich die denn markiert? Hier in dieser Pflanze. Weiß es nicht. Aber auf jeden Fall muss ich hier so hin. Da muss ich auch hin. Ich mach mal hier. Ich ändere die mal aktuell. Auch in die, die Dinger rum. Äh, irgendwo hier in der Mitte ist übrigens auch noch einer. Äh, wie soll ich das abschätzen? Irgendwie hier so in der Mitte. Da. Da. Da ist irgendwo ein Jägerlager. Aber machen wir später. So, ich will zur Blauen zuerst, ne? Aber erstmal geh ich hier unten das X holen. Mein, hier ist eins. Können wir eigentlich machen. Können wir eigentlich machen, nicht? Der Braut relativ lange zum Stachen, ne? Ah, ja, wegen dem zweiten Luftballon, ne? Klar. Erstmal muss ich hier runterfliegen. Kalfen? Kalfen? Moment, woher kenn ich den Namen? Kalfen? Es gibt eine Person in Majora's Mask. Die hieß doch Kalfa oder so, ne? Weiß nicht. Der Junge mit der, äh, komischen Kalfa-Maske oder wie die hieß? Der ist eigentlich ein Erwachsener, aber ist irgendwie zum Jungen geworden. Ist der nicht Kalfa? Naja, egal. Gucken wir mal, was hier drin ist. Das Windgewand. Der Held, der einst das große, weite Meer bereiste, soll es getragen haben. Es heißt, es wäre ein Geschenk seiner Großmutter gewesen. Das stimmt. Und die Großmutter hat das auch erhalten und wusste, dass es dem legendären Helden überreicht werden soll. Cool, ne? So ein bisschen Knowledge kann ich auch droppen. Äh, bin ich da runter? Den Stein lass ich mir hier oben. Den brauch ich gleich, wenn ich Minero repariere. So. Runter, Minero. Danke. Erstmal aufhauen. Als ob. Also, manchmal, ne? Also, ich weiß nicht, was manchmal los ist, aber... ... ... ... ... ... ... Ich bin ein bisschen entschuldigt. Ich bin ein bisschen entschuldigt. Aber ich bin ein bisschen entschuldigt. ich hoffe Meine Sachen sind noch da. Ist noch da. Okay. Gibt es noch irgendwas? Da hinten gäbe es noch. Boah, hier gibt es echt noch viel. Da unten gibt es ein Glück nix. Da gäbe es noch was. Da hinten. Da muss ich aber die Sachen hier mitnehmen. Zumindest näher stellen, sodass ich nicht dies brauchen kann. Ich würde es nicht feiern, wenn ich dies. Wenn der sich dies spawnen würde. So. Minero. Hallo. Hä? Wo ist die denn jetzt schon wieder? Hier. Hallo? Warum spawnst du nicht? Boah, geil. So viel Sonarium mittlerweile, ne? Eigentlich brauchen wir das jetzt auch nicht mehr so krass zu fahren. Ich meine, wir haben jetzt 350. So viel hatten wir noch nie. Reißlufer lang bleibt stehen, ne? So, Minero. Steht wieder nur da unten rum, ne? Kletter mal. Dann die spawnen die normalerweise. Was ist denn? Oh, gross Sonarium. Instant. Schade. Das war's schon. Wir haben super viel grosses Sonarium gerade bekommen. Ich glaube, ich muss hier mal ein paar Bomben reinschmeißen, tatsächlich. Weil da doch relativ viel großes Sonarium rauskommt. Und schon wieder zwei. Und nochmal eins. Und noch eins, glaube ich. Alter, das war richtig geil, die Miene hier. Ah, die andere lasse ich jetzt da hin. Ist egal. Wir holen jetzt unser... unseren Stein noch hier. Komm her. Loll, der Stein wurde resetet. Als ob der Stein resetet wurde. Komm her. Kleiner Felsen ist auch nicht schlecht. So. Genug gefarmt. Das Ding hat ein bisschen Problem mit Übergewicht. Ein bisschen. So. Wo müssen wir hin? Natürlich stehe ich in der komplett falschen Richtung. Hä? Ich muss nach da. Da ist eine Wand. Obwohl, ne. Nicht unbelebt. Äh, Rakete brauchen wir. Ja, doch. Mach ich, äh, für nach oben zu kommen. Ist besser. Kann ich das noch steuern? Jetzt? Willst du mich verarschen? Blöde Wichs-Rakete. Da hat sie sich einfach von selber gelöst. Was ist das denn jetzt? Warum... Warum ist die jetzt schräg da dran? Ich hasse dieses Scheiß-Konstruieren manchmal. Alter. Wie kompliziert will man's machen, Nintendo? Ja. Geil. Ich schieße mich mal in die falsche Richtung. Blöde Scheiß-Rakete. Mann, ey. Ach, jetzt, jetzt meckert dat Ding schon wieder, als ob. Ist doch nicht wahr. Da ist ein Stalinox. Boss, so. Ich wollte aber gar nicht zur gelben Markierung, ne? Ich wollte eigentlich zur blauen Markierung. Das heißt, ich muss in die Richtung. Gut, wir brauchen... Fangen wir mal zwei Raketen wieder. Wo sind die denn jetzt schon wieder? Ich hab übrigens noch keine Lampe für mein... ...Gerat. Und dass diese Raketen gerade nicht... ...und da sind. Und... ...und... 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 ...hat ja fast funktioniert, ne? Irgendein Rauchstein... Okay, irgendwo vor uns müsste sie aber langsam zu sehen sein. Da unten ist er. Wir haben es überlebt. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es überlebt. Das ist was witzig. So. Da kommt nämlich so eine komische Einbuchtung. Da habe ich ja kein Plan, was das da ist. Aber... Da komme ich gar nicht rein. Ähm... Da komme ich gar nicht rein. Also hier gibt es jetzt einen abgeschlossenen Bereich anscheinend. Hier. Da ist es da auch, wo ich meine Wurzel markiert habe. Äh... Also irgendwo hier drin ist auf jeden Fall eine Wurzel, aber da komme ich gar nicht hin. Das war mir jetzt nicht bewusst tatsächlich. So, die nächste Wurzel wäre tatsächlich die hier oben. Die und danach die rote hier. Das verhältnismäßig ein bisschen weird entfernt ist. Also das müsste eigentlich viel weiter oben sein. So, und dann hier gibt es keine Root, sondern die ist irgendwo hier an der Seite. Da. Dann haben wir die Root-Dinge da. Und dann ist die nächste Root irgendwo ganz weit oben. Irgendwo da. Keine Ahnung. Da müsste es sein. Ja, und dann gibt es die nächste irgendwo... Äh... Hier. Da. Also gehen wir jetzt quasi einmal so im Kreis. So zup, 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 zup. Und dann gibt es die nächste irgendwo hier. Und dann da. Und dann da. Und dann da. Und dann da. Und dann kommt man hier zu den ganzen anderen. Ja. Gut. Dann gehen wir zur blauen. Äh... Blauen? Rakete? Ich glaube schon. Damit kommen wir schneller nach oben. Ja, also Raketen zu nutzen ist echt wichtig hier unten. Oh, hier sind diese Vogelstatuen wieder. Ich folge denen zwar nicht, aber... Ich folge denen wohl. Moment mal. Oh, hier ist schon wieder ein Jäger. Also, wenn so ein gebautes Ding hier neben mir schon steht. Apropos. So. Ich kann es nicht wegmachen. Als ob. Aber warte mal. Wir haben alles hier. Wir können... Einfach das Ding neu bauen. Ah, der nimmt sich das nicht. Na, schade. Ja, okay. Na, egal. Sechs Verlust gemacht. Ja. Ist irgendwo eine Kiste. Hä? Untersuchen? Ja. Ja. In der Wand steckt eine umgestürzte Statue. Ja. Hä? Was ist das denn? Als ob man da reingehen soll. Hey, wait. Sieht das für mich nur so komisch aus hier? Der Felsen. Ja, das ist ein Jäger. Aber ich habe keinen Bock auf die. Ich werde da jetzt, glaube ich, mal eine Bombe opfern. Okay, da ist aber nichts. Ähm... Ja, zur blauen Markierung geht's. Da hin. Ach nee, der... Der Heißlochballon ist gleich tot. Ich seh die andere Wurzel. Wir haben nur noch fünf. Also, wenn wir hier die Tue durch sind, dann müsste ich auf jeden Fall, äh... Heißlochballons besorgen. Boah, dieses Konstrukt ist sowas von... Der hämmert mal wieder. Als ob der gerade altgesoffen hätte. So. Nein. Nein, hör auf zu klettern, du Mistkröte. Link ist manchmal nicht so eine Mistkröte eigentlich. Nein. Ich weiß nicht, wie wir das gerade noch gerettet haben, aber Minim Kassula So, sehr gut Dann bedanke ich mich fürs Zusehen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin, haut rein und tschüss